Willkommen Leute zu einem neuen Video auf dem Kanal BlueWarnUpGaming. Und in diesem Video spielen wir das neue Splatfest. Und in diesem Splatfest, das für all diese noch nicht wissen, zwischen Erhittern und Zaubern spielt, welche Rolle man von den beiden lieber einnehmen würde, habe ich mich für Team Zauberer entschieden. Weil ich der Meinung bin, dass man als Zauberer eben viel mehr Vorteile hat, als man sie als Erhitter hätte. Und die ganzen Dinge, die man als Erhitter machen könnte, man heimtheoretisch auch als Zauberer machen könnte, wenn man sich zum Beispiel auch ein Schwert herzaubert und so. Und es wäre doch vielleicht auch mal toll, die ein oder andere Sache sich einfach herzuzaubern oder verschwinden zu lassen. Aktuelles Beispiel, Artikelheizen zum Beispiel. Ja, aber ich muss sagen, dass während ich dieses Video hier aufnehme, spiele ich nämlich das Splatfest nicht, sondern ich nehme erst hier die Audio auf, weil ich in diesem Video auf ein paar Dinge zu sprechen kommen möchte. Und das Splatfest kommt dann im Nachhinein dazu. Und der Grund dafür ist eben, dass ich auch dieses Wochenende leider nicht streamen werde, wie auch letztes Wochenende schon. Und warum es in letzter Zeit so eine Art, ja, sehr ruhige Phase auf dem Kanal gab, es kam mir jetzt so ziemlich genau zwei Wochen lang überhaupt nichts. Das letzte, was kam, war ja der Mario Party 9 Stream, der mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich wusste ja Ewigkeiten nicht wirklich, was ich streamen soll. Aber ich muss sagen, dass Mario Party 9 wahrscheinlich am Ende auch dann die richtige Entscheidung war. Also, zumindest meiner Meinung nach. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber das ist jetzt nicht das Thema der Folge. Ich möchte euch sagen, warum denn jetzt zwei Wochen lang nichts kam. Ihr werdet wissen, dass ich, äh, ich habe es im Mario Party 9 Stream gesagt, dass ich für ein paar Tage im Kurzurlaub war in Italien. Und es hat sich schon am Sonntag ein bisschen angedeutet. Ich habe es noch nicht so richtig wahrgenommen. Ich hatte es da ein bisschen im Hals. Ich habe mir erst gedacht, ja gut, vielleicht ist es nur den einen Tag so. Ist bestimmt nichts Gehoses. Habe dann trotzdem mich ganz normal verhalten. Habe mir einen schönen Eisbecher gegönnt und so. Ja, und dann musste ich feststellen, dass es mir am Montag und am Dienstag, ja, es hat sich noch in Grenzen gehalten. Aber es ging mir jetzt nicht so sonderlich gut. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich habe mich erkältet. Habe auch nicht gedacht, dass es irgendwie was Dramatisches ist. Habe einfach weiter Eis gegessen und so. Und dachte einfach, es ist eine ganz simple Erkältung. Aber dann am Mittwoch, dem Tag, wo ich eigentlich zurückfahren wollte, oder wo wir auch zurückgefahren sind, da war es dann so, da ging es mir halt wirklich überhaupt nicht gut. Es war heftig, heftig schlimm. Dieses Krankheitsgefühl, wie ich dann zu Hause war, war ich dann von Donnerstag bis Samstag, Sonntag oder Montag wirklich komplett außer Gefecht gesetzt. Ich konnte nicht wirklich irgendwas machen, nur rumliegen. Ich habe nicht mal wirklich ein Tonhaus gebracht, weil ich so im Hals Probleme hatte, vor allem im Hals. Und auch die Nase hat mich so belästigt. Ich konnte nicht erheben. Ich wollte eigentlich ein Infovideo machen, dass ich nicht streamen kann für alle, die nicht auf Discord sind, dass die das auch mitbekommen können, dass ich nichts machen kann. Aber ich habe es am Ende nicht geschafft. Und das war halt schon ziemlich blöd. Und das hat sich dann die ganze Woche auch noch jetzt so gezogen. Es ist dann langsam wieder besser geworden. Aber ich war halt jetzt wirklich in Summe knapp zwei Wochen wirklich ganz schön gehank. Und ja, ich würde jetzt sagen, jetzt ist es größtenteils wieder vorbei. Ich habe noch etwas Schnupfen, zeitweise noch etwas Husten. Aber ich kann auf jeden Fall schon wieder heben. Aber ich habe jetzt trotzdem für alle Fälle für mich entschieden, dieses Wochenende nicht zu streamen, weil ich glaube, dass vielleicht so zwei Stunden am Stück heben noch ein bisschen problematisch für mich werden könnte. und deswegen dachte ich mir, ja gut, dann streamen wir halt dieses Wochenende noch nicht. Dafür kommt es nächste Woche auf jeden Fall wieder dazu, dass wir streamen werden. Ich habe mir auch schon überlegt, genau was wir streamen, als so eine Art Comeback, weil es ja jetzt zwei Wochen lang nichts gab. Aber ich möchte euch auf jeden Fall jetzt auch sagen, wie es dann die nächste Woche weitergehen wird. Und zwar wird es so sein, ich muss sagen, dass ich in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, mit dem Verlauf von so manchen Dingen auf dem Channel nicht so ganz zufrieden war. Es ist ein bisschen unglücklich gelaufen teilweise. Und dabei meine ich jetzt vor allem auch das Let's Play Super Mario Galaxy 2. Also die ersten zwei Parts liefen top. Und dann gab es dieses Problem mit der Capture Card. Ich konnte Galaxy nicht bringen, dann war ich glaube ich auch noch gehank. Und dann, wie ich die Capture Card hatte, habe ich die Einstellung verbockt, musste das Ding nochmal machen. Das war dann nicht so spaßig, sagen wir es so. Es ist immer ein bisschen frustrierend, wenn man die selber Aufnahmen nochmal machen muss. Und so war es da auch. Und dann habe ich halt eine Premiere gemacht, wo ich im Nachhinein sage, war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber ich meine, ich wüsste jetzt nicht, was ich da hätte Alternativen machen sollen, außer die zwei Folgen nochmal aufnehmen. Aber ich glaube, das wäre vielleicht nicht so gut ausgegangen, auch vom Commentary her und so. auf jeden Fall plane ich jetzt Galaxy ein bisschen häufiger zu bringen. Ich versuche es jetzt erstmal zweimal die Woche zu machen, anstatt nur einmal, weil sonst schaffen wir es wirklich nicht mehr bis zum Juni, bis wann ich es eigentlich gern fertig hätte, aus bestimmten Gehünden, weil dann kommt ja Super Mario Maker 2. Möchte ich auch ein bisschen, nicht nur Streams machen, sondern zumindest ein paar Videos dazu. Und bis dahin hätte ich es halt dann gern auch durch. Was ich da noch nebenbei geplant habe, ich möchte jetzt videotechnisch ein bisschen mehr Abwechslung wiederbringen, nicht immer nur Super Mario Galaxy 2. Ich habe mir ein paar neue Dinge auch überlegt, die jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, ob ich es jetzt als Projekt definieren würde, oder ob es eher so einzelne Sondervideos sind. Das weiß ich noch nicht so genau, aber auf jeden Fall wird es da demnächst vorausgesetzt, es klapptechnisch etwas Neues geben. Und hinter den Kulissen arbeite ich auch in einem etwas aufwendigeren Video. Was genau das sein wird, möchte ich eigentlich an der Stelle noch nicht sagen. Es soll ja ein bisschen auch der Überraschungseffekt bleiben. Aber ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall gut ankommen wird bei euch. Dann abschließend noch, ich wurde letztens auf Discord angesprochen wegen Community Streams und ich muss sagen, dass ich zu diesem Thema noch ein bisschen was zu sagen habe. Und es ist auch ein bisschen mehr, deswegen werde ich dafür wahrscheinlich wieder so ein neues Info- und Talk-Video machen, wie ich es jetzt hier mache. Und wo wir schon dabei sind, nochmal zurück zu Super Mario Galaxy 2. Es ist so, dass ich gemerkt habe, ich habe in den ersten vier Parts, wobei im vierten jetzt auch nicht mehr so richtig, in den ersten drei Parts immer wieder so Geschichten erzählt und so oder irgend so Off-Topic-Sachen gehabt. Aber jetzt komme ich halt in die Phase des Games, die ich noch nicht so gut kenne, die für mich blind ist und ich glaube, dass es da dann nicht so viel Sinn macht, wenn ich solche Sachen erzähle und mich eher On-Topic auf das Gameplay fokussiere, weil sonst, glaube ich, wird das erstens viel zu failig. Ich meine, failig sind jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber wenn es überhand nimmt und ich überhaupt nicht weiterkomme, dann ist es eher suboptimal, sagen wir es mal so. Und deswegen werde ich für künftige Off-Topic-Sachen auch erstmal dieses Info- und Talk-Format verwenden. Dann spielen wir halt im Hintergrund irgendein Spiel, zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Rocket League, was weiß ich, vielleicht auch irgendein anderes Spiel, das werden wir sehen. Aber das Gameplay ist sowieso in diesem Format jetzt eher nicht das Wichtigste. Auf jeden Fall, so werde ich das machen und so ein Video wird es auch zu den Community-Streams geben, da wo ich ein bisschen nochmal über dieses Thema rede. Ich weiß nicht, ob ich mich zuwarte aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, ich habe es auf jeden Fall noch für diesen Monat geplant, dass dieses Video erscheint. Ja, viel mehr habe ich jetzt dazu eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Abschließend möchte ich noch sagen, Streaming-Projekt Yoshis Wully World. Ich hätte es sehr gerne fertig gehabt, bis Yoshis Crafted World, was ja, wenn ich jetzt den heutigen Tag mir anschaue, in 13 Tagen Haus kommt, knapp zwei Wochen. Das heißt, es wird noch einen einzigen Stream davor geben und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in diesem Stream nicht Yoshis Wully World zu Ende streamen möchte. Aus dem Grund, weil ich glaube, zweimal hintereinander Yoshi ist ein bisschen schwierig, sagen wir es so. Yoshi ist auch ein Spiel, was glaube ich jetzt nicht jeden wirklich anspricht. Es ist ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen anders als andere Spiele. Und deswegen ist das auch ein Game, wo ich sage, das bringe ich jetzt nicht mega regelmäßig. Und deswegen denke ich, ich möchte da so einen Platz lassen zu Yoshis Crafted World. Und deswegen wird der finale Yoshis Wully World streamen, ja, ich möchte das Spiel in einem einzigen Stream dann beenden. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wahrscheinlich so tendenziell Richtung Frühsommer schon, Mai oder Juni. Irgendwann dann würde ich mal sagen, werden wir das Spiel beenden. Ich hoffe jetzt, das ist nicht so schlimm. Aber was ich noch sagen kann, Yoshis Crafted World wird es auf jeden Fall nur einen Stream geben. Ich werde das Spiel jetzt nicht irgendwie auf YouTube so richtig mit Content bringen. Vielleicht gibt es das ein oder andere Sondervideo, wenn ich mal irgendwas Passendes dazu finde. Ansonsten werde ich es halt tatsächlich sogar am Freitag direkt streamen. Das ist dann die Ausnahme, weil normalerweise streame ich ja immer samstags. Aber ich plane es auf jeden Fall dann am Release Day für zwei Tage, ja, für zwei Tage, für zwei Stunden oder so zu streamen. Dann würde es höchstwahrscheinlich am Samstag nochmal den zweiten Stream geben, wo wir irgendwas anderes machen. Vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mache. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal. Nächstes Wochenende wird es auf jeden Fall einen Stream geben, wo wir zusammen wieder Spiele spielen können. Aktuell würde ich mal sagen, machen wir so eine Mischung aus Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2. Und ich muss sagen, ich freue mich auch schon auf den nächsten Stream, weil es sind jetzt halt schon wieder zwei Wochen, bis dahin sind es sogar drei Wochen, seitdem ich gestreamt habe. Und es fehlt halt jetzt langsam schon wieder so ein bisschen. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den nächsten Stream. Ich hoffe ja auch und vor allem auch auf die Videos, die nächste Woche kommen. Vor allem Super Mario Galaxy 2 werden wir jetzt ein bisschen Gas geben, sagen wir so. Und ja, viel mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören von diesem Video. Mich würde aber auch noch interessieren, zurück zum Anfang, welches Team würdet ihr bei diesem Splatoon festnehmen oder welches Team habt ihr gewählt? Also auch wenn ihr Splatoon 2 jetzt nicht spielen könnt, nicht besitzt oder einfach nicht spielen wollt, welches Team würde euch jetzt hier am meisten ansprechen? Wärt ihr eher für Team Hitter oder für Team Zauberer? Stimmt auch gerne mal in der Umfrage oben ab und ansonsten habe ich eigentlich auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns bald wieder zu einem Video. Bis bald!